Wir sind auf Schlangenstrand. Das ist ne geile Map. Let's look. Hi. Oh, hallo. Dankeschön. Ja, ich kann grad nicht so... Also, ist so okay, aber in... Na, tschüss. Okay, schauen wir mal, dass die Gegner... ...gegnern sind. Finde ich auf jeden Fall schon mal geil, dass der auf unserer Seite ist. Und schade. Bomb King Bun ist ein bisschen unnötig, weil hier kann eh niemand Bomb King spielen, glaube ich. Wenn Throne jetzt ein Tank pickt, dann sind wir Healer. Und wenn er Healer pickt, sind wir Tank, weil Yoko... ...wird ein Tank picken. Okay, wir sind also ein Tank. Okay, wir spielen also Torwild. Weil die beiden haben quasi meine Tanks gepickt, dann Torwild wäre jetzt einfach der Letzte, der so übrig ist. Dann spiele ich so einen kleinen Support-Torwild mit meinen Schilden auf den ganzen... Ich spiele jetzt Torwild, keine Inara. Das ist halt jetzt ein bisschen doof, aber... ...ist okay. ...Meldamba ist stark und Makoa auch, aber wir schauen mal, wie wir da zusammen mit dem Torwild durchkommen. Die Nara bin ich halt... Na gut, ich hätte sie wahrscheinlich sogar spielen können, aber... Oh. Hm. Es sieht mir danach aus, dass meine Teammates relativ erwartene Spieler sogar sind. Also hier der Fernando... ...und der Schalen... ...und der Schalen... ...wenden das hier... ...und hier mein Deck... ...das halt auf das Q ausgelegt ist, damit wir... ...unsern Schalen, unseren Sinn immer schön Q'en. Okay, das ist das Team. Jetzt gucken wir erstmal, was haben... ...Cordurize... ...da kann ein anderer Cordurize eigentlich nicht schaden. Obwohl... ...ein Wrecker eigentlich auch nicht schlecht gewesen wäre. Aber wir haben auch noch einen Wrecker hier... ...dabei, also alles gut. Drei von denen haben Royce-Ted auf jeden Fall. Also... ...mal schauen. Dann mal let's go. Oh. Okay, der Schalen geht... ...links lang. Hier direkt mal ein bisschen raushauen. Oh, er kriegt ein Heal. Ich muss mal mich schilden. Wir haben ein First Blood bekommen. Kann ich bitte ein Heal auf den... Oh, fuck. Da hat Ash geflankt. Die Gegner scheinen auch nicht ganz so unerfahren sein. Das habe ich nicht gesehen, dass sie da lang gekommen ist. Ich wurde sogar von ihr zurückgestoßen. Das war ein bisschen... ...Kacke von mir. Aber der Sinn hat sie bekommen. 42 haben wir auf den Punkt der Sinn-Zone. Die Gegner da weg. Also ich bin wirklich der Noob hier in unserem Team quasi. Und die müssen mich mal carry ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber passt schon. Wir bündeln da einfach mal ein bisschen raus. Und stehen auf den Punkt. Damit wir den auch schön einnehmen. Scheiße, da konnten wir den nicht mehr holen. Ich muss mich da mal zurückziehen. Sinn sagt Maibert. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Also kann ich das schlecht beurteilen. So, die kriegt auf jeden Fall mal ein Schild von mir. Oh, fuck. Schade, er wird mich jetzt gleich hucken wollen. So, du kriegst ein Schild von mir. Overtime. Und rein da. Schade, er ist hinter die Mauer, um nicht von mir gesilenced zu werden. Er wird mich killen wahrscheinlich. Oh, das war richtig close und ich habe richtig schlecht gespielt. Aber wir haben 1-0. Ah, das ist echt grad nicht easy für mich. Ich hole mir mal Verjüngung, denn die, ähm, die Yin kann ja gut auch mehrere Leute heilen. Und ich bin schließlich ein Tank. Also... So, er kriegt ein... Heel von mir. Beziehungsweise ein Schild. So. Dem sein Schild ist raus. So, er macht jetzt ein bisschen mehr Schaden, kriegt mehr Lauftempo. Das ist eigentlich immer ganz stark. So, den haben wir. Nice. Suchen wir mal, wen wir als nächstes ein Schild verpassen können. Fernando kriegt mal schnell ein Schild von mir. Und da pushen wir jetzt eigentlich ganz gut lang. So, dass sie ihn nicht abhaut. Einfach mal silencen. Der kriegt jetzt ein bisschen Lauftempo und... Oh, unser Fernando wird da hochgezogen. Ich habe meine Ulti auch. Oh, da habe ich jetzt ein bisschen Respekt vor. Da ist die Willow. Aber sie kriegt ein bisschen Damage wenigstens. So, er wird abgeschildet. Scheiße, ich hätte die Jäger jetzt schilden sollen. Oh, fuck. Der wird mich natürlich kriegen. Ja, hat er mich. Aber er ist jetzt hier ganz weit weg gerannt. Für den Kill auf mir, also... Auf mich, keine Ahnung. Für mich halt zu killen. Ob das worth ist. Überrasse ich ihn mal. Okay, Lex holt glaube ich die... Ja, Lex holt die Ying. Ah, die können uns jetzt hier grad stark aufhalten, leider. Ich muss mal gucken, was ich da gleich machen kann. Hat er überlebt? Ja, hat er. Sehr geil. So, unser Nando kriegt ein kleines Schildchen, ja. Von mir ab. Oh, war die AFK oder was? So, wieder den Nando, denn... Nando kann man auf jeden Fall mal schilden. So, er wird, keine Ahnung, einfach mal geschildet. Da waren wir jetzt echt viel zu weit vorne, das war ein bisschen behindert. Er kriegt ein Schild, damit er da jetzt nicht gleich direkt... Direkt... Died. So, nice. Dann wird 2-0. Geil, Digga. Und, äh... Wir können uns jetzt nichts direkt kaufen. Ich weiß nicht, worauf wir als nächstes gehen sollen. Ich habe Ulti, Sinn hat Ulti, Fanano hat Ulti... Und Schaden hat Ulti. Also gut. Fucking Job. Bis jetzt redet keiner von denen, aber... Mal schauen. Ich schilde die einfach weiter ab. Den Dude, den Dude, den Dude und den Dude. Einfach alle ein bisschen schilden mit dem Q. Wer es halt gerade braucht. Lauftempo. Und, ähm... Damage kriegen die dadurch und das ist relativ stark, finde ich. Wenn wir schon einen anderen Tag haben, dann kann man so ein bisschen auf Unterstützer gehen. Und ja. Das ist ganz... Stark, finde ich. Jetzt bin ich hier alleine, da möchte ich eigentlich nicht alleine hier. Oh, da kriege ich fett jetzt was ab. Hier, der kriegt ein Schild von mir. Oh, das war jetzt ein bisschen dumm, weil er hat mich ja schon gehuckt. Oh fuck, oh fuck. Aber ich kann mich zum Fernando hinflüchten. Oh, ich kriege hier Fett-Damage. Äh, wo ist denn hier der Gegner überhaupt? What the fuck? Der Meldamba, wo war denn der? Ach, er ist mir die ganze Zeit hinterher gerannt. Ja, okay. Das war schlecht gespielt von mir, weil ich halt einfach kacke bin. Na, ich lass erstmal... Kauf mir da mal nichts. Wir haben den Punkt. Finde ich geil. Ich renne da mal zum Fernando, weil der gerade relativ los ist. Eventuell hier mal ein schönes Schildchen gebrauchen könnte. Die wird gesilenced, dass die einfach mal nicht weg springen kann oder so. Und, äh... Ja, gegen den Tank kann eine Flankierer... Ein Flankierer nicht so viel machen. So, wir haben das Payload. Das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Sache. Und ja, jetzt... Wir bleiben ein bisschen hier bei... unserem Healer, damit... der nicht unbedingt... gekillt wird, einfach. Warum sie jetzt hier geultet hat, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch keinen Überblick, also... Vielleicht war es ja ganz geil. Der kriegt einfach mal ein bisschen auf die Schnauze von mir. Die Ying kriegt hier mal... eine, ähm... Q von mir. So, der läuft jetzt im Sinn in die Arbeit, deshalb brauche ich da jetzt nicht unbedingt langlaufen. Ich gehe mal ein bisschen auf den Dember. Ah, schade. Habe ich nicht mehr geschafft... Ihn zu, äh... Können wir da was machen? Ja, Makoa haben wir raus. So, er kriegt ein Schild. Ah, die Willow immer noch hinter uns. Die nervt ganz schön dolle, ehrlich gesagt. So, die wird gesinanced. Wenn wir die Ash kriegen, ist schon mal ganz gut. Und dann versuchen wir einfach auf die Willow rauf... zu gehen. Ob wir da was schaffen können, ist eine andere Sache. Sieht eher nicht so aus. Ich bin tatsächlich dead von der Willow mit ihrem Flächenschaden. Nervig. Aber ich glaube, meine Ulti war ganz gut. Da habe ich einfach mal nicht gezögert, sie einzusetzen. Und wir haben noch eine Minute und sind schon fast da, also... Sieht ganz gut aus. 10er Streak auf dem Fernando. Ich finde, das läuft doch. Der hat auch seine Ulti. Ready. Du kriegst von mir ein Schild. Nice. Ich silenz mal den Makoa, dass er nicht... Fuck, ich wurde abgebrochen vom... Oh, nein. Curses. Verflucht. Hoffentlich hat die Ying überlebt. Die hat dann noch versucht, mich zu... Nein, sie ist tot tatsächlich. Aber die sind auf dem Weg. Ich muss einfach hinterher. Komm, Leute. Ran da, noch 30 Sekunden. Wir haben leider keine Tanks vor Ort. Retreat. Sinn. Du darfst nicht sterben. Ich habe ihm meinen Schild gegeben. Bringt nichts. Ob wir da noch rankommen. Mit dem Fernando vielleicht. 20 Sekunden, Leute. Rennt einfach dahin. So, hier wird Damage rausgehauen. Wir versuchen hier halt natürlich um jeden Preis das Ganze einfach zu stoppen hier. Aber wir sind auf jeden Fall wieder dran. Zumindest das. Hinter uns ist natürlich wieder klassisch die Willow. Die hole ich mir jetzt. Nice, gewonnen, Leute. 4-0 Sieg. Geiles Game. Geiles Game. Alter. Das war echt nice. Der Charlin scheint mir ein guter Spieler zu sein. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall einen geilen Skin. Ne, einen Schuss verfehlt aber dann mit dem Q. Die hat er geholt. Ja, hier hat er die beiden halt abgestaubt. Die hätte er aber eigentlich schon schneller killen können. Also, ich weiß nicht, ob es jetzt so stark war. War halt automatisch als Highlight quasi. Weil er die meisten Eliminierungen in einer kurzen Zeit hatte. Und ja, dann wollen wir uns mal hier die Punkte anschauen. Besser Tank, unser Fernando. Ich habe ja mehr so unterstützend gespielt. Ähm, nicht so viel Zielzeit dementsprechend. Was ist eigentlich Minderung? Minderung haben auch nur die Tanks. Also wahrscheinlich vielleicht Schaden, die man eingesteckt hat. Weiß ich aber nicht, weil... Nein, das kann eigentlich nicht sein. Weil die hätten mehr Schaden bekommen. Falls jemand weiß, was es ist. Kommentare, ne? Wisst Bescheid. Wie würde dieedsięwärts. Vielen Dank.